hallo und herzlich willkommen zum zweiten video über embroideryware heute mit dem thema wie installiere ich die software in dem ersten video habe ich ja schon den link zu der url in die infobox geschrieben der ein oder andere hat es sich wahrscheinlich schon runtergeladen hier kann man sich direkt wenn man auf download klickt die trial runterladen man muss es quasi kaufen für null dollar man bekommt den link dann per mail zugeschickt und wenn man das dann fertig hat hat man eine zip datei das ist jetzt gerade die commercial version weil ich habe es ja gekauft aber das unterscheidet sich hier hinten nur mit trial oder wie auch immer man entpackt sie mit zum beispiel winra hier entpacken und dann hat man die setup datei mit ganz vielen examples also mit ganz vielen beispielen wie man was macht guckt es euch einfach mal in ruhe an aber ich installiere jetzt einfach mal ein update also eine neue version hoffentlich da ist ja ich mache jetzt einfach mal repair und zack bumm fertig das unterscheidet sich im grunde kaum zur normalen installation man gibt seinen pfad an wo man es hin installieren möchte das ist im grunde wie jedes normale beliebige programm ebenso und wenn man das installiert hat mache ich es zum beispiel mit windows 10 so ich drücke einfach die windows taste ein und zack da haben wir es schon dann starten war und zack fertig da ist das programm ja ein sehr sehr kurzes video aber ich denke es hilft dem eine oder anderen der wirklich der englischen sprache nicht mächtig ist dies jetzt auch locker zu bewerkstelligen wenn ihr noch fragen habt lasst ein kommi da und ja bis demnächst